Musik Hey Leute, lasst uns kurz vorstellen, ich bin Koko, ich stehe hier gerade vor dem Jugendzentrum Grummersbach, wo es für mich alles vor mehr als vier Jahren angefangen hat. Ihr seht gerade unser Brüdi-Tagebuch Nummer 3 mit meiner ersten Choreo. Ich hoffe, euch gefällt's. Viel Spaß dabei. Peace. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020